hier sind wir in der bundesliga am mikrofon mali bröckmann und frank buschmann so das borussen derby steht an die aus dortmund weiß uns ja in jüngster zeit zu begeistern gladbach zum teil auch beide haben mit der relativ hohen fluktuation von talenten beziehungsweise starspieler zu kämpfen mönchengladbach hat bewiesenermaßen die gabe die großen im deutschen fußball zu ärgern ja Da unten auf dem Platz erwartet uns heute Borussia Dortmund, die Schwarz-Gelben, eine Mannschaft, die sich schon seit den 50ern stets auf ihre Jugendarbeit verlassen konnte. Auch in der Meistersaison 2011-2012 konnte man sich auf wichtige Führungsspieler wie Götze oder auch Kevin Großkreutz aus der eigenen Jugend stützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Bender. Marco Reus. Das ist es! Raphael. Die verstehen sich blendend. Christoph Kramer. Der BVB in den 70ern und 80ern notorisch klamm, hat sich zu einem Verein mit Weltformat aufgeschwungen. In der Königsklasse zeigte sich das schon 1997. 1997, als der Borsigplatz bebte. In frischer Erinnerung natürlich immer noch die Meisterschaften 2011 und 2012. Und über allem schwebt Lothar, Emmerich und haucht. Gib mich die Kirsche. Rami Csäcker. So was nennt man saubere Abwehrarbeit. Kruse. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Stranzl. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Rami Csäcker. Im Ansatz ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Aubameyang. Die verstehen sich blind. Patrick Herrmann. Raphael. dank seiner übersicht konnte er den ball ganz souverän abfangen ja wie der ball da durch die eigenen reihen läuft fantastisch raffael christoph kramer da entwickelt sich möglicherweise was stranze kater hermann stranze stranze raffael sind wir denn hier im rugby der geht wirklich ein paar meter über die querlatte guckt hier sieht man es noch mal ganz genau das war kein faul alles korrekt eine grätsche wie sie im leerbuch steht respekt eric durm gutes schnelles passspiel schön das spiel auf die flügel verlage ja hier könnte sich eine chance entwickeln mein gott ist das fahrlässig an dieser stelle den ball zu verlieren sie spielen sich dem ball zu wie im training stranze raffael jetzt sind die angreifer auf der suche nach einer lücke in der abwehr und das ist jetzt die möglichkeit der schiedsrichter hat abgefiffen es steht null zu null zur pause und jetzt hoffen wir auf die offensivspieler bei der manche wir wollen aktion sehen und tore sind nichts davon also ich bin das gibt es auch ich bin fast sprachlos das ist ja gar nichts ein grausiger rumpelbumpel fußball in der ersten halbzeit hier kommen jetzt die zweiten 45 minuten und hoffentlich mit etwas mehr esprit rani checker so sieht das der trainer gern er liegt um denn das spiel das nächste mal unterbrochen wird dann wollen sie einen wechsel vornehmen gucken wir mal ob die ein wechselung sich bezahlt macht christoph kramer stranzl andrea stranzl das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm dafür gibt es den freistoß und das aus gefährlicher position ja da muss es gelb geben da rutscht er immer ziemlich rein ein klares faulspiel korrekte entscheidung keine andere option für den referee hat er noch ein paar asse im ärmel der trainer er bringt noch mal einen neuen mann alles drin logisch das muss eckball geben und jetzt noch mal eine kurze wiederholung des zweikampfes und das gibt gelb und womit mit recht das bällchen ist doch heiß krusse schönes stellungsspiel so kann er den ball mit leichtigkeit abfangen spielen wir nach regeln oder was freistoß natürlich jetzt bringt der trainer einen neuen spieler er will noch mal frischen wind haben im team das führungstor muss her fahrer Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht gibt's hier doch noch den entscheidenden Treffer. Das war's für heute. Bender. Nordweiz. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat und so ganz einfach war das eben nicht. Nordweiz. Christoph Kramer. André Hahn. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Super Flanke. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Papastatopoulos. Bender. Bender. Er hat den Ball zuvor verarbeitet. Toll gemacht. Bender. Bender. Und dann entschieden. Untertitelung des ZDF, 2020